Hi Leute! So, ich war heute bei Müller und habe wieder ein paar Sachen gefunden. So, dann zeige ich euch mal, was ich so gefunden habe. So, als erstes... Ja, ganz normale Wattestäbchen. So, dann habe ich mir noch... Ja, solche hier superhaftende Lockenwickler für mehr Spannkraft, Halt, Glanz und Volumen gekauft. Also, insgesehen vier Stück. Eine Packung hat 2,29 gekauft, glaube ich. So, dann habe ich mir noch so ein Shampoo gekauft. Natural Beauty Shampoo mit Arganöl und Cranberry für koloriertes oder gesträhntes Haar. Hatte ich noch nicht gehabt und... Kostet, war im Angebot, hat 1,75 gekostet. Riecht einfach super lecker. Ja, da bin ich gespannt, wie sich das anfühlt, wenn ich meine Haare wieder wasche. So, dann habe ich mir noch so einen Hitzeschutz Styling Spray gekauft. Hemohitzeschutz bis zu 220 Grad Celsius. Perfekter Hitzeschutz von Zayos. Da sind 250 Milliliter drin. Hat jetzt 4,95 gekostet. Also, so ein Hitzespray hatte ich auch noch nicht und da bin ich gespannt, wie das funktioniert. So, dann habe ich mir noch von Catrice Made to Stay so einen cremigen Lidschatten gekauft. In der Nummer 040. So sieht das aus. So eine schöne Farbe. Also, ich muss sagen, also Lidschatten, so cremigen Lidschatten, hatte ich noch nie gehabt. Deswegen, das ist mein erster cremiger Lidschatten. Hat 3,95 gekostet. Und hier sind das ungefähr 5 Gramm. Das ist die Farbe, wie gesagt, nur 40. Lord of the Blinks heißt das. Ja, da bin ich gespannt. So, dann habe ich mir noch so von L'Oreal diesen Nude Magic CC Cream gekauft. So sieht die aus. In dieser Antifala Tint. Also, wie gesagt, die kenne ich aus der Werbung und die habe ich auch noch nicht probiert. Da bin ich gespannt, ob das wirklich funktioniert. Und ja, man soll frische Ausstrahlung bekommen. Nahenlose Deckkraft. Bis zu 24 Stunden Feuchtigkeit. Perfekt. Tionierter Tint. Perfektes, ebenmäßiges Hautbild. Also, die Magie ist, äh, Mikroverkaspelte Pigmente in einer milchigen, lilafarbigen Emulsion, die gelblichen Tint neutralisiert. Und, das ist so klein geschrieben, und sich bei Hautkontakt in ein Make-up verwandelt. Für einen makellosen natürlichen Teilen wie ungeschminkt. Und ein sensationelles Gefühl von Leichtigkeit. Da bin ich ja gespannt, ob das, äh, ob das, äh, ob das hält, was es verspricht. Also, ja, das Ding hat auch, äh, 11,95 Euro gekostet, ne? Na ja, mal schauen. So, ja, das war's auch schon wieder mit meinem kleinen Einkauf. Und, wenn ihr das schon vielleicht getestet habt, oder so. Oder vielleicht was anderes. Vielleicht, ähm, wie so ein Hitzespray. Dann lasst es mich wissen. Also, ich bin da gespannt auf eure Kommentare. Also, bis dann. Danke. Ciao.